Wir sind hier im Laden oder im Domarkpark im Viertel seit April 2019. Wir sind eigentlich vorgründig eine Eventagentur mit dem Namen Unterhaltungsrederei aus München. Wir betreuen quasi Künstler, machen für die den Merchandise-Versand, veranstalten Konzerte in München, veranstalten Festivals in München. Weil ich zum ersten Mal reingegangen bin, habe ich ja den ehemaligen Laden noch gesehen und habe ja mitbekommen, wie hier gearbeitet wurde oder was alles angeboten wurde. Wir haben sehr schnell klar gesagt, wir wollen nicht so einen Mischmasch aus Dienstleistungen oder aus Angeboten. Wir wollen das übernehmen, was Sinn macht, nämlich der Paketversand, der ist hier im Viertel einfach nicht gegeben. Wir haben das ein bisschen reduziert, von allen Dienstleistern auf einen Dienstleister runtergebrochen und Sonderdienstleistungen wie jetzt der Wäsche-Service ist einfach verschwunden. Da gab es nicht den Bedarf. Wir haben uns auch viel erkundet bei den Leuten, die gekommen sind und sie natürlich informiert haben. Wir wollten aber auch zuhören und herausfinden, was wird denn benötigt, was brauchen die Leute hier im Viertel. Und nach dem richtigen wir uns auch einfach so ein bisschen. Also die einzelnen Services, die wir im Moment anbieten, sind weiterhin der Paketversand, das Ticket bestellen oder Ticket kaufen, über München-Ticket. Es gibt Getränke bei uns und ab Juni 2020 gibt es dann auch Kaffee und Eis. Seit mein Beginn war für uns klar, dass es hier dieses Europa-Projekt gibt und wir dann einfach auch bei diversen Projekten mitmachen wollen können. Da gab es unter anderem dieses ACM-Auto, es gab das Kreuz-und-Quer-Projekt, es gab ein Ping-Projekt, wo es um die Fahrrad-Situation und um die Sicherheit der Fahrrad-Situation ging. Dafür waren wir die Anlaufstelle und gefragt, ob wir hier mitmachen können und waren dann einfach Ausgabestelle für die Geräte und auch einfach nur Informationsdienststelle für Leute, die sich dafür interessiert haben, die konnten zu uns kommen. Also das große Ziel für uns, was wir hier werden wollen, ist natürlich die Anlaufstelle. Es gibt hier im Viertel kaum Gewerbe oder kaum Geschäfte, die untertags offen haben oder einfach von früh bis spät offen haben. Wir planen ein schwarzes Brett, die Leute sollen sich hier austauschen, die Leute sollen hier sitzen können und quatschen können, die Leute sollen sich hier was abholen können, die Leute sollen sich hier treffen können im Idealfall. Das ist, glaube ich, für das Viertel sehr wichtig, weil es gibt es hier nicht und die Begegnungsstätte würden wir gerne werden.